Heimat. Heimat ist viel mehr als nur unsere geografische Herkunft. Heimat erdet uns, sie verbindet uns, egal wie sich unsere Welt gerade dreht. Heimat ist eine Quelle für Kraft und Inspiration, um aus unserer Stärke Neues zu erschaffen. Das spüren wir, wenn wir mit der Suisse reisen, die mit ihrer Geschichte, ihren Werten, ihren Menschen «Made aufs Witzländisch». Genauso ist es am Walser Seis, der mit seiner Weite, Echtheit und Ursprünglichkeit der alpinen Natur und seinen Menschen so viele erlebnisreiche Facetten unserer Heimat bietet. Sich seiner Heimat gewusst zu sein, heisst ihre Sorge zu geben und gleichzeitig immer wieder daran zu schaffen, den Menschen und die Natur in einen positiven Einklang zu bringen. Sei es mit Reisen mit der Suisse oder beim Besuch von Walser Seis. Auch mit Walser Seis beschriftetes Flugzeug von Swiss International Airlines treibt darum nicht einfach unseren Namen, sondern unsere Heimat und ein gemeinsames Ziel in die Welt. So noch an einer anderen Welt. Ere Motivation Dusse экstnung